Willkommen zu einer anderen Runde CSGO mit den gestörten Leute, wir sind alle ein bisschen fertig. Mit dabei ist der Alex, der Remo, der nette Link und der nette Manninger und ich. Der nette Link ist auch mit dabei, jawohl. Der nette Link. Das finde ich schön. Der nette Link ist der Fall nicht. Alle lang, alle lang. Alle lang, alle lang. Achtung, Gremo. Wir haben gesehen, dass ich jetzt den nächsten Arschloch bin, und ich bin mitgegangen. Jetzt, Alter. Ja, ja, ich hab den nur zweimal getroffen. Kleiner Lag, minimaler Lag. Werde damals sterben. What the f... Ich hab den nix gehittet. Ne. Mal länger. Du machst das. Direkt um und Gibi. Ja, naja, fast. Wir sind richtig gut, das war ein guter Start. Nix runter kaufen wir uns ne AWO und dann geht das hier los. Alter, wir beim anderen Team alle einen Kill haben und wir alle null. Ja, guck mal, dann im Haul. Null, 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 null. Das war halt ne Premiumrunde, hm? Ja, Mavi. Das liegt an dem ganzen Scheiß. Ja, Mavi, muss ja erstmal warm werden. Oder vielleicht? Ohne Spaß, ich muss richtig warm werden hier. Ich fett, boah. Eh, wahrscheinlich B. Ne, wieder A lang. Eine A lang. Eiler B. Da braucht man sie 7. 3. 2. 2 B. Arlinga, du machst das. Er hat noch eine Weckung mit. Hat der sich... Narka... Geholt. 3 B, oder? Ja. Jaja. Ok. jetzt hier gleich auf den sack kriegen ja der kommt jetzt heute katastrophen doppeltüren läuft würde ich mal behaupten ja jetzt können wir kaufen jetzt jetzt ich geh lang gehen wir mal nur wieder weiter ich geh lang ich geh lang dann geh ich halt short das macht so viel Spaß da ist ne Awe auf lang ok ne Awe war noch mal lang aber hat schon mal kassiert ja ok dann hol ich mir die Awe nach ja Alex ist in B ja aber eben gerade war noch einer bei A lang man ich bin oh der ist T spawn schießt auf mich oh der ist T spawn schießt auf mich Awe in helf ihm Awe in Awe in alter was ist Awe in Awe in Awe in Awe in Awe in ja komm komm jetzt rush 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 läuft ich hab das Befehls-Modell da gespottet läuft ja sicher du hättest du durchschießen können ja ich hab ihn aber nicht gesehen er ist halt im Abend boah sind wir kacke ich bin so kacke ja ich kann nicht alle auf einmal wegmachen ich hab drei weggemacht ach du halte sein auf ja es liegt ja nicht an dir es liegt an Kevin was kriegst du ein besser ne Remo Remos letzter Remo oh der scheiß ey einer muss schon gucken ne ja deine Mutter wenn eine Mitte guckt dann muss Kretter schon gucken ja bleib einfach beide Mitte stehen lang geflasht oh Gott die kommen durch die kommen durch niemals wenn ich nur OSP hab ja wo sind die überhaupt lang alle Alter Alter der gibt mir viele also zwei sind mindestens da hinten die seh ich noch obwohl ich tot bin einer ist fit ja der sollte auch schlimm sein okay okay es sind alle alle Alter man Gott einer ey man meine Auto liegt jetzt da oben ihr Holzköpfe ja sicher einer kommt über Mitte oder könnte jedenfalls nein so ey klick bumm ja du plantet bei B what the fuck wir sind gerade richtig gut wir sind gerade richtig gut seit Marvin da ist läuft es nicht mehr man ja ich bist halt eben obwohl er zweiter ist und du bist letzter Remo also ich trinke dich mal an ja okay alter Remo echt ich mach jetzt ein Ace mit Ansage sagst du ja okay ich werde dir Geld das was für eine einfach aus dem Messer ob dich vertegrillt Zeitflash bei B ja allein kommt nix ja wahrscheinlich nicht B B B B Cutters Bombe unten Cutters ich glaub der hat mich gesehen ey Kevin nicht weggehen von B Kevin Cutt dir mal sehen warum du von B weg gehst ja die sind alle auf B what the fuck Kevin ja die sind alle auf B what the fuck Kevin das kann nicht 64 in 2 mit ner Schrotze ja schlitz ja schlitz ja schlitz dann kannst du kneten gib ihm ja nice lol weißt du Kevin die sagen dass du Cutters sind und du gehst von B weg ja die Bombe ist Cutters hat man doch gerade eben gesagt ja dann bleib doch auf B die gehen doch an den Cutters rein von uns B war unbedeckt und die konnten alle auf B ja warum warst du nicht da weil ich von A lang vielleicht grad zu B gekommen bin ich hab sogar einen weg gemacht keine Diskussion jetzt hier äh 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 sorry mein kleiner Schmolbrach war lang geflasht oh lol der steht immer noch T spawn mit der Ase wo wo der Cutters B der steht einfach auf B Rebo ist noch auf lang da war auf lang das kater kommt runter zu mitte immer noch hier okay kater drin jetzt mit ak da geht es zurück der geht zurück er geht wahrscheinlich short short jetzt er muss nicht die bombe holen oder hatte ich schon telefon mein auto und mein auto er war da oben der wird wahrscheinlich jetzt haben ja müsste da sein aber die will ich wieder haben der hat doch die will ich wieder haben kompikiert und nein ich würde mich jetzt verarschen wie konnte der das war mich auch gerade bei einer mitte geguckt Ah Smoke Befest B Lululu Mitte, 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 Mitte Oh mein Gott Das kann nicht, ey 50 in 3, Arschwort Ok, B Geht mal bitte, Mitte Oder Arschwort Weil Und dann Und dann Meine Fresse, Alter Das können wir in allem sein Lul Nice, nice Wenn du möchtest, mein Auto Liegt Liegt auch Lul Ah ne Der macht jetzt ein Ace, Alter Ich schwör's dir Ace ist viel Komm schon Einer steht in der Mitte Äh Meine Autosniper Liegt hinter der Der Boxmalinger Nein, runter, runter, runter Genau da Da liegt sie Alle, Ace ist gar nicht viel Ich hab ja nur drei Da ist sie irgendwo liegen Der hat mich da Weggemacht Nein Da ist auch die Autos Aber Marvin, hast du gesehen? Ich hab die beiden hintereinander weggerotzt Das war voll gut Hab ich drauf Sehr gut Ich geh an, in welches Spiel Der hat sich leben, ist einfach OP Hmmm Ich hab nicht mit, was ich spielen soll Ich kann da gar nichts Gar in Spiel gehen Ab MP MP ist eine gute Idee Also wenn ich diese Runde überlebe Kann ich die nächste Runde was kaufen Meeh mhm Deploying Flashbang Wenn die Arschöcher wieder mitbekommen Dann rush ich die Kante Deploying Flashbang Das war doch mit Flash, oder? Funktioniert das? Die kommt mitte. Die kommt mitte. Bomb ist mitte. Bomb ist mitte. Der hat sie wieder. Der hat sie wieder. Ne warte. Jetzt hält das auf. Die sind alle mitte. Alle. Ne, einer ist lang. Glaube ich hier nicht. Ja, das hat mich hier noch nicht weggemacht. Auf lang. Geld geht's zu B. Alter, das ist verlaufen. Auf unten Cut hat sie beide. Das war laut und deutlich, ja. Geht zum Spawn. Geht zum Spawn, jetzt zurück. Kann einer A bleiben? Ja, ich kann zu A gehen. Hat der überhaupt die Bombe? Ja, hat er. Dann gehe ich mal zu A. Da lang. Ne, so schnellst du nicht. Wenn, dann müsste ich sehen, wenn der hier langkommt. Oder das safe. Weil der müsste ja irgendwo bei seinem Spawn hocken. Ja, dann lass den doch. Bestimmt da bei der Ecke, wo mal letztens Remo weggerotzt worden ist. Ja, stimmt, ja. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Da ist er. Das sah richtig geil aus. Aber so plump. Wie der geflogen ist. Oh, Marvin hat AK. Ja, okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nee, ich war ja noch am Leben, Junge. Mann. Der sah so schön aus. Ja, und Spaß. Ich seh' einfach nur irgendwas fliegen. Das war die Bombe, ne? Lenk, das war jetzt ganz schön von dir. Ah, lang kommt einer. Oh Gott. Einer fehlt. Da ist noch was lang. Ja, dann komm zurück. Nein. Ich muss den noch weg machen, siehste. So. Jetzt kann ich zurückkommen. Blau bleibt du bei B. Ja. Ja, das... Einer vom Short wahrscheinlich unter Lang. Ja, Short, Short ist gesmoked und saved, äh, Marvin. Ja, richtig. Fuckin 99 HP. So sieht's aus. Lang legal Schuss, lang, lang legal Schuss. Und dann... Oh Gott. Der hat jetzt gar geflasht, man. Oh, der ist da untrohlich. Und dann... Oh, der ist da untrohlich. Von der Mitte ist, was? Oh Gott. Der könnte gleich zählen kommen. Wuhuhu. Oder Short. Short, oder Kai und So. Auf jeden Fall war der in der Mitte umgelaufen. Nice. Ist das... Oh, noch einer! Oh, oh. Huiuiuiui. Ui! Wo war der? Ja genau der! Das kann nicht ey! Wo ist denn der? Ja! 1 AP macht das! Ich sag's dir! Mach den mit 1 AP was denn der ist alter! Nein! Da braucht jemand was? Ne ne? Gut! Ja jetzt gehts hier los, jetzt werde ich vorletzter und jetzt läuft das wieder, jetzt gewinnen wir! Ja jetzt hat er es gesagt! Geh mich auch aus dem Weg! Alter! Ziemlich fahren! Lang! Hat aber schon mal was gedrückt gekriegt! Schaut zwei Leute brauche! Zurück weg weg! Emo geh mal mit zu short! Oh Gott! Stoart drei Leute! Beinahe! Ja! Zwei tatsächlich noch! Boah! 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 Das war's! Boah! Oh! Und da geht's! Wo ist denn das? Und da geht's! Oh nein! Ja, gehen B. Ja, Mütze ist einer. Oh Gott. Junge, der hat da ein Auto, Mann. Was ist denn das? Was sagt der denn, der mit Autos spielt? Ich hab seit vier Runden keine Auto mehr benutzt. Oha. Oha. Richtig ein Sternchen. Der hat eine AK, ne? Glaub ich. Der ist wahrscheinlich K oder so. Ja, ja. Dann ist er wahrscheinlich bei K. Oder ganz hinten rechts. Elf Rind schaffen. Elf Rind schaffen. Neun! Das steht da oben auf der Kiste. Nee, nee. Der war doppeltierend. Ding dong. Ding dong. Ding, 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 ding. Ich kann mit... Keiner hier was verspinnen. Ich kann mit keiner was hier was verspinnen. Nur Schläge. Glocke. Glocke. Glocke hier. Ich, ich geh lang für Alex. Wui. Wenn du das machst, Jango, ist das okay. Lang. Einer. Einer. Einer mit auf, lang. Lippe bei B. Aua. Alter. Ja. Ja. Mitte. Alter, das ist Mitte. What? Mid-Flash? Oh ja. Warum seid ihr so schmerzgekramt? Welche Mal waren wir los? Ich hab gepusht leider. Die haben richtig glatt gepusht. Braucht jemand was? Nö. Aber ich dachte ja krass, nur so ein Spring-Hills hier. Let's go, Freefield. Boah, downrank ich komme, ey. Pass auf, da kommt immer einer. Bitte auch. Ja. Yes? Nice. Incentiary. Noch einer? Hast du gesehen? Noch einer? Alex? Noch einer? Nee, da war nur der eine, den ich gesehen hatte. Runden-Cutter. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Bitte? Remo, weg. Meine Fresse, das hab ich grad nicht gesehen. Oh. Oh. Du hast Bombe B, einer. Bombe ist B. Hättest du die Bombe genommen? Der ist draus? Ja sicher. Ja sicher. Nice, Remo. Nee, du. Na du. Von Mallinger habe ich die Blenkernase. Hier. Willst du sie wiederhaben? Wissen. B. 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 gehört ja sicher im sprung mit mir erst mal zwei leute ja lang wird es sind zwei war wie leid mal nach mit dessen zwei Achtung! Da ist einer von mir. Achtung! Flashbang! Einer kommt von hinten. War das hinten. Nice, Kevin. Einer, ne, zwei noch. Einer ist shot. Beide shot, oder? Einer. Ne, einer ist T.T. Auf für Marvin. Nice. Oh, er hat zwölf Schuss, sagst du? Komm schon. Habt ihr die Bombe? Ja, geht. Ich bin auf short. Letzt Schuss. Loll, der steht da unten. Könnt ihr meine Arbe sägen? Ne, jetzt geht nach Mitte, Mitte. Nice, könnt ihr sägen meine Arbe. Kommst du? Ja, ist nice, gut. Dankeschön. Also, ich brauche sie nicht. Wie läuft der mit dir auf Waffe doch? Ja, der gibt sie zurück. Ja, die ist schön, dann läuft der. Oh nein, dann hab ich mir eine falsche Waffe gekauft. Nein. Was ist denn mit einer Auge? Was ist denn mit einer Auge? Töten. Hab ich doch nie gemacht, so. Mit einer Auge. Ja, der hat noch eine Auge da, Mann. Wie kann er sich eine Auge leisten, Mann? Der hat gerade zwei Runden verloren. Da kommt noch einer, ne? Pass auf. Schort. Alter, hat der mir instant ein Heller gegeben. Inventiated. Ne, warte. Short und Mitte. Flashback. Flashback. Bommel-Down-Cutters. So läuft das. Jetzt so ohne der Hälfte alles ausgerichtet. Alter, was denn bei dir losklingt. Ne Negev, Alter. Dein Ernst? Let's move out. Ja sicher. Du lässt die M4 von der Neger fliegen. Ja sicher. Damit geh ich jetzt offshore. Guck mich in die Ecke. Smoke. Feier in Behold. We fire. So nicht, mein Freund. Alter, Kevin geht überhaupt mit seiner NPC. What the fuck? Aua. Scheiss. Ja, lang ist nix. Lang ist gar nix. Oh, offshore. Bitte! Ah, ja. Mitte, 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 Mitte. Window, passt auf, Window. Nice. Einer ist noch in der Mitte. Ja, einer noch. Da ist noch einer. Ah, die Bombe wurden noch nicht gesichtet. LOL! Der ist in der Mitte. Na Straим. Ich mach' strengths τους. Wo he� aus. Wuuu. waaaaiiiiiiii. Go top, go top, go top. immer. Oh my God. Oh my god Oh my god Oh my god Ich bin Briefe Wo gehen wir durch? Aber lang würde ich sagen oder? Ja lang Soll ich eine Flash machen? Nein! Du bist der einzige der nicht flashen darf als Terrorist Flashback! Ja aber er darf Ja Ja genau dann bin ich weg Und dann komm ich in der Tür Durch pushen durch pushen durch pushen Die haben ordentlich kassiert gerade 3 CT Splitten Ja ich bin da dran Gut Einmal komm noch fort Loi Achso von allerhand Nichts Immer nur Wasser Unter dir Links Ich schon Ich treffe mit Attackern eigentlich noch gut Aber das wird für nichts Willst du das nochmal mit lang? Ja willst du wirklich nochmal? Weil jetzt haben die MP7 und so oder MPs Und? Wir haben sie klein Oh Peter hört schlecht Wir haben Mini-MPs sagst du Das sind 3 Alter Das sind 3 Geht zurück Geht zurück Der kommt jetzt Der kommt jetzt Lang Lang kommen 3 Lang kommen 3 Nein Ja wow Das war natürlich effektiv Ja die haben uns einfach über lange durch gewascht Ja die haben uns einfach über lange durch gewascht Okay dann los P90 Rush B Ja kann ich mir nicht kaufen Ja dann kauf dir eine andere MP Ich hab manchmal das Bedürfnis einfach und immer nichts zu messen Ja für die Wurde Ja Fett fett blau Ich hör's ab Lol Fett fett Geil Aua Ne Auto Cut das Cut das Ja Save die Auto Die Auto Ja ja So Da war nix Naja ist mir egal Oh der hatte eine gell So jetzt ist alles offen ne Jetzt Wohin gehen wir Wollen wir nochmal mitprobieren? Wollen wir Ja Kein Quash Ne Ich glaub nicht Okay Gehen wir in Mitte Und dann zu innen Gehen wir in Mitte B ist eigentlich eine gute Idee HITTAUS HIEBAUS 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 Oh Mann Geht der wie ein Headshot Der hat drei Leute da kommt einer hoch Nein Lol Nice Lol nicht mehr Lol Doch Verdauwer wird keiner Kann das Kann das eine Kann das eine Nein Das ist jetzt schon cool Weck mich Weck mich Guck mal was ich hab I'm throwing flashback Hm m und damit ich schneller bin weil ich nichts mehr jetzt muss ich eine Pistelrunde machen ne Alex kauft sich, dann kauf ich mir auch was ja ich würde mal über Lang nochmal probieren ja ok ui ui uaah ne das ist scheiße 1,2,3,3,3 ja genau da da wird wahrscheinlich noch einer kommen ja B B B der ist B fuck fuck bitte komm bitte jetzt komm schade 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 ja ich hab noch ich hab noch ich wollte jetzt ich wollte ihn erst messern und dann wollte ich gedacht nein komm jetzt das kann es nicht bringen so ich mach Brand bei A lang dann gehen wir short ja ok ey go 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 smoke 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 throwin flashback 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 der hat ein Auto autosniper das hat er nur gesagt das hat er nur gesagt wieder dich von der Autos weg geholt alter das ist nicht dein Ernst nicht verarschen die Schrotzen sind ja minimal ok das unten zieht er jetzt eine Affenkanate Dodgegun hab ihn gehittet hab Angst hinter die A durch Lenk ja warte Warte das ist der defuse Autosniper Autosniper du alter was für ein der hat mich nicht einmal getroffen was für ein Novalder Alex kannst du mir was sehen rein in euch drum los meins 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 ja bitte irgendwas ist mir egal let's go my brothers na also danke ich nehme die Waffe ja komm ja Sniper mit gut mit Bombe sehr geil Marvin guck bitte nach unten pack sie nicht warte 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 ihr rennt einfach durch alter ihr rennt einfach durch bitte ziehen sie nach hinten beim Container steht ein und ein beim Auto warte lass durchgehen jetzt komm durch ja okay oh danke der wird Auto sein wahrscheinlich der wird Auto sein wahrscheinlich zeig ich doch Sniper Sniper schaffst du's noch? ok ist es ist der mit er bla 2 er er ich brauche jetzt ja aber wenn wir den vorgängigen ich habe einer B dann gehen wir zum B über Mittag durch Mitte und der Flüge Achtung von hinten, passt auch von hinten nur B muss ich safe sein, der kam nicht durch keiner zu überraschend ja, ich bin gefickt ich bin gefickt ich bin gefickt ja, stellt sich einer beim Auto hin und einer zu der Doppeltür ich hab die Doppeltür einer Auto ja, 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 ja Desorientierung des Jungs jetzt hier lol fucking campers oh shit ja, Awe Mitte ja, der ist noch Mitte aber save meine Auto oder 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 die ist hinten bei der Kiste bei ja, genau nicht explodieren, du Hurenbombe danke jetzt hab ich eine Auto-Sniper ja ja, behalte sie ok ich kann mir eh noch eine kaufen ich kann mir eh noch eine kaufen ich kann ich eine Awe aber hier 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 in der Awe Malinger, du hin siehst die Awe ja du alter gib der mir pass auf, 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 man wenn der dich jetzt auch noch holt ich schwör's dir, man ey, ich schwör's dir fantastisch aus oh shit aber dankeschön äh, wir müssen uns bewegen nicht, dass sie uns wieder einklemmt Sandfridge Style war's denn Sandfridge Style ich war unten am Spawn verknasen jooah spot arme die war geil 43 in 1 da rein Auto au, Tolo wollen wir mal B gehen wieder? let's go, let's go alter Marvin, achter ping, läuft ja, ne 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 Flowingo Flashback Flashback ich glaub blauer kommt das soll ich ne Brand reinhauen? ja, ich rufe ein Tür geil, Alter ey, wie viel Fristen der ich hab's mit zwei Reisen in Sex gegeben an oh, ich hab uns Schreck jetzt nicht gewassen ja, ne achso hinten bei der Kiste die haben wir ja, dann weiß ich das nicht äh, hinter dir wow nein, wir haben gesagt nicht waschen ich hab kein Geld mehr, uhuuu woher gehen wir? woher gehen wir? was wird er lang? aber versuchen aber nicht dran aber nicht dran das sind drei Stück, Alter das sind drei Stück ja ja die pushen immer lang also nicht mehr lang gehen da komm was mitte Autosnipern, nice nächste Runde warten wir einfach genau hier die pushen sowieso immer oh oh, mitte na komm mein Freund uh nein äh, ich geh mal zu B, ne oder ne nein ja, es lebt nur noch einer überlegt euch mal ja, ich geh mal nach Epileptiker das hat jetzt bestimmt nah, aber man braucht's euch beide weg dann lach ich auch dann erstmal planen endlich war nice Molotov der Molotov war irgendwie nicht so befolgen wie geplant oh, hier hab ich Angst da ja, ich geh mal weiter hingehen nice, gut job wo war gib mir denn ne Waffe also wir warten da, ne ja, wir warten dort, ist halt einfach aber dann sollte man mal mitte gucken vielleicht in der Arbe guckt mitte hallo hallo darf ich immer durchlaufen ich würde sagen, einer täuscht an, oder? ja, ich stell mich nur, stell jeder die doppel für keiner B bis jetzt guck guck mitte A mitte A wow i'm throwing a flashback nicht jetzt bussen sie natürlich nicht einer müsse über den spawn schauen zu B Mitte Smok also ich seh nichts mehr du rief ruf einer Luft Hilfe die wollen mich lass mich verarschen Ok, jetzt kommen wir. Haben Sie gut gesehen. Der Oberberger hat einen Diebkamerad angegriffen. Da hat mir Kepler abgezogen. Jetzt reicht's. Einer ist über Mitte dazu. Ja, lass lang probieren. Ich lass aber probieren, bleib erst mal still. Ich bin da noch zwei lang. Wer kann der schießen, da? Da, ich schleff' halt mein Leben mal lang, oder? Ach, die vier mal planten, LOL! Wo denn? DT ist doch. Hätte ich etwas auf Alice geschossen. So, lol. Der kam doch schon hoch. Der kommt jetzt! Hoch! Braucht denn auch ne Arbe? Jawoll! Will der, wer ne Arbe? Bleiben wir einfach wieder stehen, oder? Will der, wer ne Arbe? Ich will sie nicht. Ah, doch. Doch, komm! Doch, komm, ich nehme sie. Ich glaub, da ist jemand pissig. Also, nochmal warten, ne? Das hat grad gut... Ja, ich gucke einmal... Also, ich warte hier hin. Ich warte hier hin. Nicht, dass du mal B komm. Marvin, du hast da jemand ein bisschen pissig gemacht, ne? Ja... Manche Leute haben's auch einfach verdient. Sind welche zu B rüber? Einer. Einer. Okay. Lass wir rotieren. Boah, lang ist grad niemand. Rotieren! Da ist der über Short. Oh, scheiße, über Short. Das hört sich gut an. Der bei B ist weg. Boah, ich seh nix. Da geht wieder zurück, da geht wieder zurück, da geht wieder zurück. Da kommt wieder vor. Ja, bisschen B durch. Kommt wieder vor. Kommt zu B, wenn ihr könnt. Na nein. Muss immer abgeraten, Mann. Ja, aber ein bisschen Verlust ist doch immer. Nooo! Nooo! Einer CT. Ah, fack, bitte mir! Im Pummel! Im Pummel! Im Pummel! Im Pummel! Da geht's! Da kommt jetzt! Sehr gut. Ich bin scheiße. Kann da durchminken. Ja sicher! Ich hab mich sogar bewegt. Nice! Cool! Boah, 82 Punkte, Junge! Geil, Boreal Forest! Nice! Na dann, bis zum nächsten Mal. Halt rein! Ah ja, Marvin!